Der heutige Wochenabschnitt trägt eine besondere Bedeutung, um zu verstehen, wie der Herr in dieser Welt handelt. Dies kann man nur vergleichen mit den ersten beiden Kapiteln in der Tora, wo es von der Schöpfung der Welt geht. Denn am Anfang haben wir über ein universelles, globales Ereignis gesprochen. Und heute richtet die Tora unsere Aufmerksamkeit auf etwas Spezielles, und zwar auf einen einzelnen Menschen, von dem ein besonderes Volk ausgeht. Und schon allein der Titel des Wochenabschnitts ist Lech Lecha, dazu müssen wir ein paar Worte sagen. Es ist nicht einfach Geh hinaus, wie es in den meisten Übersetzungen steht. Sondern das zweite Wort Lecha. Dieses Wort wurde schon angewendet, als Gott zu Noah gesprochen hat, dass er die Arche bauen soll. Der Herr sagte nämlich zu Noah, baue Lecha, die Arche, also baue sie für dich. Deswegen hat dieser Titel schon eine andere Bedeutung. Nicht einfach Geh und Geh. Sondern Gehe für dich. Der Herr hat für ihn schon ein besonderes Land vorbereitet. Und der Herr redet zu Abraham, dass er für sich, für sein Wohl zu seinem Land gehen soll. Und in unserem Wochenabschnitt lesen wir viermal die Verheißung, die der Herr Abraham gegeben hat. Er sagt ihm, du wirst Nachkommen haben. Und du wirst ein besonderes Land bekommen. Und das sagt er viermal und es bekommt somit eine besondere Bedeutung. Wir müssen verstehen, dass die Generation, die den Turm zu Babel gebaut hat, sie wollten sich einen Namen machen. Und den Namen des Herrn haben sie für ihre Götzen verwendet. Und nun wählte der Herr Abraham aus. Und im Original steht, dass der Herr Abraham für ein besonderes Ziel auserwählt. Er sagt ihm, du wirst ein Segen sein. Wir müssen verstehen, dass die jetzige Menschheit und die Menschheit in unserem Wochenabschnitt gefallen ist. Und die Lehre der Flut hat nichts gebracht. Und die Menschen versuchten, sich zu preisen, anstatt den Namen des Herrn. Und das war das Ziel des Allmächtigen, ein Volk zu erschaffen, welches alle anderen Völker wieder zu sich bringt, zum Herrn. Und wir sehen, dass Abraham den Herrn gehört hat und er ist gegangen. Und wenn er in das Land Kanaan kommt, macht er einen Altar für den Herrn. Und das passiert an dem Ort, wo später die Stadt Sichem entsteht. Und der Herr wiederholt nochmal, ich werde deinem Samen dieses Land geben. Und weiterhin zieht er an einen Ort, wo später die Stadt Beth-El entsteht. Dort macht er einen Altar. Und er ruft den Namen des Herrn aus. Und wir sehen, dass das, was der Herr für ihn vorgesehen hat, das ist, was der Herr für ihn vorgesehen hat. Und zwar schreit er als Zeugnis den Namen des Herrn aus. Danach kommt er in Ägypten, weil es im Land eine Hungersnot entstanden ist. Und nachdem er zurückgekehrt ist, kommt er wieder in die Stadt, wo er den Namen des Herrn ausgerufen hat. Wir sehen, dass Abraham aus Ur in Chaldea gekommen ist. Und das zweite Mal ist er aus Ägypten gekommen. Und wir müssen verstehen, dass beide diese Orte eine große Bedeutung hatten zu der Zeit. Heute würde man sagen, dass es zwei Zentren der Zivilisation waren. Und im Treffpunkt dieser beiden Punkte ruft Abraham den Namen des Herrn aus. Und dieses Thema, Abraham auszuwählen als Erstling eines großen Volkes, der der ganzen Menschheit ein Segen sein wird, und ein Ort, wo der Herr später sich eine Wohnung macht. Dieses Thema zieht sich über die ganze Bibel bis zum Ende. Dies soll jedem Menschen die Augen öffnen, dass der Herr sein Volk erschaffen hat. Und Israel tut das, denn heute hat jeder die Bibel auf jeder Sprache bei sich im Land. Und Israel und Jerusalem ist der Ort, von wo das Wort des Herrn kommt. Und von dort kam auch der Moscheeach, der für jeden Menschen und für die ganze Menschheit die Rettung ist. Amen. Amen.